Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banjui in Clankers Magen. Wir werden heute versuchen, die dritte Welt zu absolvieren, aber ich habe die Bedenken, das könnte nicht hinhauen, denn uns fehlen nach meiner Meinung vier, wie sagt man das nicht, ich meinte vier Noten, uns fehlen noch zehn, ich glaube in seinem Mund sind auch noch ein paar, sind sechs Stück. Hops, hops. Was zum... Ich muss mir das mal merken. So viel dazu. Yeah. Bats. Und gleich das Puzzleteil, man. Yeah. Dumm, 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 dumm. Ja, alle zehn. Fehlen uns nur noch zehn Noten. Ja. Zehn. Ich weiß nur, wo sechs sind. Bullshit. Und Feuerhammer. Und ja. Zack. Und wir haben es wieder mal wegen dem... So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh. Fünf. Sechs. Sieben. Oh nein. Ist ja noch... Wo könnten die letztens... Ah, ich weiß wo. Äh, tschüss, man. So. Ja. Ich weiß, wo sie sind. Ich bin mir da zu... 20... Boah. Äh, zu... Sagen wir mal... 90% sicher. Dass sie sich dort aufhalten. Du, 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 Bats da. Da wollte ich auch erst schon hin, aber... Hab's ver... Vergessen. So. Du, 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 du. So. Ich muss ja erst mal gucken, wo das war. Ich glaub, wir sind schon eine richtige Seite. Ja. Ja. Genau hier. Und ist genau passend. Dankeschön. Du kannst dich verpissen, falls ihr noch da bist. Wir müssen... Andere Seite. Wir müssen hier hin. Geronimo! Gegen das Abschlussrohr. Äh. Oh, warte, warte, warte. Dann ist es doch andere Seite. Genau dahin. Äh. 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 Ja, wo, wie kommt man da hin? Nein, scheiße, Mann! Ops. Bo. Tsch. Ja, tu mal drunter hertauchen. Bam, 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 bam. So. Oh, hier ist noch live. Brauchen wir live? Ich glaube nicht. Doch. Cool. Passig. Ich bin mir sicher, dass hier die letzten zwei sind. Ja. Perfekt. Hier waren wir noch... Ja. Nur noch eine und die müsste... Ähm. Danach kommen. Äh. Ich meinte... Jetzt. Ja, geil! Woo, yeah! Buh, 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 tsch. Geil, Mann. World Complete, sag ich da. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's nach Hause. Nein, geht's nicht. Äh. Jetzt geht's in die neue Welt. In Bubbleglob Swamp. Oder so ähnlich. Haben wir ja schon, bevor wir in die Welt gegangen sind, geöffnet. So können wir gleich loslegen. So. Hm. Ähm. Was man jetzt extra so komisch hin. Ja. Benjo. Benjo haltig fest. Oh Gott, das ist Willen. Was los? So. Ha. Zopp. Perfekt. Dumm, dimm, 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 So. Von hier aus einfach Jumpen. So, perfekt. Ja, das war's. Dann auch von der Welt. Die Bessheit umbeträgt dieser Welt ist nun 100. Wissen wir. Besser geht's nicht. So. Auf geht's. Äh, wohin denn? Ähm, ja, es bleibt uns ja nur ein Weg übrig. Kommt man da so hoch? Natürlich nicht. Ich will euch einen Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Äh. Ja. Scheiße. Mir fängt kein Gegenreim ein. Ich hab was vergessen. Als ich seine Fresse gesehen hab, da musste ich gleich daran denken, wir müssen nochmal zurück. Wir haben nämlich noch den die vierte vierte hier Puzzleteil von der Oberwelt vergessen. Hier. Gab. Die Augenwecke reingedrückt und schon Puzzleteil. ja. Typ, 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 Porfekt. Perfekt. Puzzleteil Dlim, tm, dm, dm, dm. so jetzt aber du kannst sie verpissen dünn 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 wer steht schon bitteschön ein monument von sich in sein eigenes haus erfisch komme hoch koxen zu dieser kontaktlinsen er kommt eine besucht seine kontaktlinien sollen wenig stören und gleich in zum freien so so die 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 den aber was ist das eigentlich das grüne st soizar so etwas 1 bis zu 1 ich Also, die das Spiel noch nicht kennen, würden erst mal vorneweg nach geradeaus. Und hier kann man nur einen neuen Move erlernen. Und der ist für Leute, die das Spiel nicht kennen, eigentlich ein bisschen doof versteckt, finde ich. Denn dann, wer soll bestimmt drauf kommen, dass man, äh, dass hier hinten was ist. Hier ist der Move. Hallo? Wie unfair. Oh ja. So. Na, du Brillenschlange. Das Hühnchen auf seinem Rücken kann sich... Oh. Gummistiefel! Cool. Okay, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Ja, ja. Tschüss. So. Den Move erlernen. Oh, was? Was zum? Was will der denn? Der hat Hunger. Lecker Kroktus magst du... Du kannst sprechen. Ach, du Scheiße. Andere Augenfarbe oder was? Ich will auch ein leckeres Ei. So, jetzt zu bekommen. Warum ist es auf einmal so... Fünf unsere... Ginger holen wir natürlich auch. Trap. Yeah. Fast in Sumpfe fallen. Und passiert... Dieser Sumpf gehört uns. Piranhas. Ja, ja, ja. Bats. Bauch aufgeschlitzt. Ich hab's gar nicht gelesen, was der noch gesagt hat. Auf jeden Fall... Wenn wir in deren Sumpf laufen, kriegen wir Ärger. Ja. Ah, ah, ah. Ja, mein Mann. Ja. Genau. Bats. Okay. Okay. Das müsste eigentlich locker zu schaffen sein. Auch mit meiner scheiß Steuerung. Notfalls jump ich dann über die Ecken. So wie hier. Weil am Ende wird's extrem Scheibenkleister. Schön auf den Schatten achten. Oh, Gottes Willen. Ja, geil. Beim ersten Versuch. Damn, 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 damn this way. Yeah, Mann. Cool. Der erste Puzzleteil. Kamera wieder richtig drehen, damit wir auch nicht runterfallen. So. Oh. Der zweite Ginger, der grüne. Ginger, yeah. Ginger. So. Irgendwann war doch noch irgendwo so ein Crocter-Typ. So. Noch ein... Noch ein... Ich kann pokern. Das ist cool. So. Ja, ich kann pokern. Nein, 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 oh, oh, oh mein Gott, Banjo, was tust du? So, 28. Und der Spacken will mir was zu fressen haben. Oh, jetzt orangene Augen. Okay. Da können wir jetzt ja auch gleich schon hingehen. Äh. Da. Äh. Ih. Ein Bär. Äh. Heißt das nicht wohl eher? Ih. Gelbe Frösche. Gap. Äh. Hallo. Gap. Gap. Bats. Oh, ich mach's mir so einfach. Bats. Gap. Gap. 2 stück cool so 31 drittel einfach das mensch und einfach wieder zu wer da drin wohnen soll ohne eingang ohne irgendwas noten und der hexen schalter jetzt hat sie noch im kopf buchstäblich so so oder da geht es hoch schön ziehen voll daneben so jetzt ja man hellblau auch gerade so jetzt ins blaue oder ist das noch nicht ich kann pokern ja du schweißt du kannst gerade warten und 15 stück ich hoffe das reicht hier können wir uns auch wieder verwandeln aber das war aber ich würde sagen ich bin in den part mal und wir sehen uns das nächste so später irgendwann mal tschüss ja ja ja